ich musste mich am mittwoch donnerstag mit einem tschechischen akzent herumschlagen das war toll und damit hallo herzlich willkommen zu einer neuen vorgestellung zu zweigen zwei ww 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 get doktors the customers ich muss die leiser machen wie das geht ja was ist das denn für eine riesen map eigentlich wir brauchen mehr mineralien ach die ist das habe ich beim letzten mal alleine gewonnen glaube ich weil du das connect hat ist mit der länge mit boom boom boomerang golf schläger roll ist ein troll lied gewesen das ist das gewollt von mir ja ich kenne das ob die mal die hintergrund leute an das wichtig ich habe ich habe cool für das gespielt aus versehen weil ich mir auf die background ganz wichtig wichtiger als dieser alle quatschen jetzt hat sich das gesehen ja der umgedreht und sind jetzt andere person mikrofon dafür brauchen wir mehr mineralien das euch auch vergessen ach das läuft ja hier wie gespostert schief die du wir brauchen mehr mineralien ding dong das bleibt wirklich auch gott der katastrophe die wir brauchen mehr pylonen bauen die jerry duu bang dafür fehlt uns gas dafür ist gold der dollar muss doch deren mund einfach stehen du bist doch quasi österreich aber ich habe auch andere die inbüro ich hier noch zum beispiel dieser super geht es ist aber es ist kein gutes roll wir haben australien schon vorausgesagt bei mir ist jetzt bin ich immer schlimmer das ist richtig die tod hat gerade schon nicht getroffen und jetzt noch höher wir haben kein gas mehr dafür brauchen wir mehr gas dafür fehlt uns aber es gibt applaus beim publikum das ist doch eigentlich vom band damals noch nicht das reißt die leute von den sitzen nicht wir brauchen mehr mineralien und mineralien ja ich weiß nicht mal so ja aber mag unsere trolle jedoch eigentlich ja aber das war kontrollig haben sie sich selbst getrollt mit die sterne stehen gut extra poliert gebaut satellit sattel heute war dieses komische satellit ist auch nicht dafür brauchen wir mehr sie ist auf einer messerwerfer scheibe dass ich auch irgendwer die base in unserer base haben oh gott hilfe ich bin in gefahr aber ich habe gehörte gemorpht bin ich da ich glaube vorbei ist auch an der bailing kann hinten hinter der bailing von leides es geht alles runter drüber ich bin hat sie bleiben weil der beinahe dieses bleibt dann wir haben hier interessanterweise gehalten wie auch immer aber in der main sind leider alle abgesehen everybody expriere ja ich jetzt hier so back streets back gott zurück das will ich nicht so viel aufgeben warum bin ich immer noch supply blog das sind jetzt meine larven zu ende nach dem letzten schwall dann werden wir endlich diese scheiße die hätte nicht gebaut warum mich also ich bin jetzt eher nicht gut ich meinst du musst auf die idee unsere basis wird in die zange genommen unsere verbündeten werden angegriffen ich werde auf siegen jetzt unten ja auch schon wieder ich sehe nämlich nach dem kampf hört auf unsere sonden anzugreifen unsere ich sehe nämlich nach dem kampf prismakern online also wenn du das oben abgeräumt hast mir dabei kann sie wieder unten gehen leider schon stimmen und so unsere basis wird in die zeige aber nicht dass wir hier etwas heranworten können wenn meine plöcke hier nicht mehr abbauen habe ich keine minerals mehr ich lebe ja doch aber damit hast du mir eigentlich verraubt weil ich liebe quasi nicht mehr verstanden wir brauchen mehr mineralien warum long distance meint alle von der base ich lebe weil du mein atem bist weiß geist für aber ja aber das hat ihm einiges auch gekostet ich bin selbst also kannst du irgendwo detection hier wir müssen den creep hier weg haben ich wollte hier kann sonst was sehen wow 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 detection ist auf dem weg welchen bild das licht kalibriere oben nicht oben sei rock das andere oben ich dachte das ist links rechts hast du die probleme mit oben und erscheint da muss aber wieder ein bisschen auf eco gehen weil habe ich jetzt nachlässig jetzt letzten minuten also ich habe das gefühl das war one base das heißt wir haben vielleicht nur rand chance aber rand chance break down der fag ist das lied wir brauchen mehr mineral ich will keine zweiheit wird denn es danke dafür brauchen wir mehr mineralien ist das jetzt ist halt alles a cappella was durchgehört dafür reicht die energie nicht uns fehlen mineralien du kannst mir aber das ist glaube ich umgefahren jaha da ist der ganze gegner zu sagen ich brauche deine hilfe hier gleich immer ein bisschen nach links davon rechts kommt auch was aber dass wir eben auf den hier gehen wie es ist ja gut da hast du mich jetzt komplett reingedrückt am ende du hast mich am anfang blockiert am ende habe ich dich reingedrückt das war ich würde auch gerne overcharge meiner wir fehlen zwei energie und die jetzt habe ich energie und ist keine einzige einheit das war schade ich dachte wir sind am spiel ich habe ja alles verloren zwar immer meine röcke an also nicht in der arbeit haben meinetwegen noch okay aber abbaurate für ressourcen ist alles zu schmied gewesen das möchte ich nicht ich würde mal sagen das letzte war nichts oder der boomerang auch nicht nein und jetzt bei island eigentlich sagen was heute leute macht's gut